Das ist beschämend. Wie konnte ein Patient wie Victor freikommen? Darüber machen wir uns später Gedanken, Doc. Er will die Wache töten, weißt du? Er muss es einfach tun. Das ist beschämend. Das ist beschämend. Das ist beschämend. Das ist beschämend, falls ich mich da raufflüsse. Halt! Er hat dir nichts getan. Lass ihn gehen! Wie oft muss ich es dir doch sagen? Es ist am Boden, aber nicht lange. Ich muss nah ran und tausen. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Oh, hi Batman. Hier ist Harley Quinn. Wie gefällt dir meine neue Uniform? Ziemlich heiß, hm? Und ich will dir auch was zeigen. Ich springe für den alten Mann ein. Der alte Sharpie war nie glücklicher. Falls du's noch nicht gemerkt hast. Heute ist der Tag, wo Joker nach Hause kommt. Und du bist der Ehrengast. Du hast eine Chance, dich zu ergeben, Quinn. Verlockend, Batman. Aber keine Chance. Die Insassen haben jetzt in der Anstalt das Sagen. Na, technisch gesehen sind das Jokers aus Blackgate angekarrte Schläger. Aber du weißt, was ich meine. Mach's gut. Batman, hörst du das? Oracle, ich bin hier. Die Anstalt ist gerade aus dem System verschwunden. Er kontrolliert das Sicherheitssystem. Wahrscheinlich hat er es vom Netz getrennt. Das ist nicht alles, was er gemacht hat. Alle Polizeieinheiten melden, dass er in ganz Gotham Bomben versteckt hat. Er sagt, er lässt sie hochgehen, wenn jemand seinen Fuß auf Arkham Island setzt. Es wird noch zurückgehalten, aber die Story wird jeden Moment veröffentlicht. Er lügt. Das ist nur ein Trick, um Leute fernzuhalten. Woher weißt du das? Ich kenne ihn. Der Raum ist verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Noch ein Freund tot. Noch ein Strich für Säß. Er sollte aus dem Verkehr gezogen werden. Für immer. Batman hat einen Weg rausgefunden. Er hat den Ventilator von der Wand gerissen. Batman, du kannst jetzt den Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blankgeldgefangene. Beim Heizkessel. Wer ist das hinter ihm? Was ist zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er ausbrechen? Tut mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Ich versuch's weiter. Es geht weder rein noch raus. Gifte entdeckt. Verdammt. Sie sind da drin eingeschlossen. Warnung. Es gibt uns raus. Der Reich verriegelt. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hör zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihnen, Batman? Oh Gott! Oh Gott! Wieso macht es totes Gereich? Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Hier drüben! Bitte! Ihnen wird nichts passieren. Bleiben Sie hier. Batman ist hier. Halt noch ein bisschen länger durch Steve. Ich kann nicht! Ich falle! Ich verfolge das Tier, das das getan hat. Batman! Das Absaugsystem! Steve hat versucht, an der Schaltpult am Ende des Raums zu gelangen. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Achtung! Luftreinheit ist wieder auf Normallevel. Achtung! Der Zugang zum Entgiftungsraum ist jetzt gestattet. Los, Batman! Du bist super! Joker hat keine Chance! Ich bin so nah, dass du den Platz für den Platz für den Platz für den Platz. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wieso hast du so Lande gebraucht? Es gibt kein Entkommen, Joker. Ich finde dich. Damit rechne ich, aber doch nicht jetzt! Oh, ist er groß! Ja, ha 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 ha! Wo ist dieser? Wieso ist der? Das war's für heute. Ja. Das war ein wenig unerwartet, tja. Ich brauche wohl stärkere Versuchspersonen. Ich habe gerade meine großzügige Phase. Du kriegst das umsonst. Los, schlag mich oder traust du dich nicht? Beende es, zieh den Stecker, schalt mich endgültig aus! Du wirst langsam zu ausrechnen, Bobbets. Ich würde gern noch plaudern, aber ich muss eine Party organisieren. Es kommen Gäste aus ganz Arkem angeflogen. Du wirst sehen, ne? Schnell, rein hier! Bevor noch mehr von ihnen kommen! Batman, ich bin hier drüben! Sie kamen aus heiterem Himmel. Ich habe Jerry hier reingezerrt und das Tor aktiviert. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Joker ist durch diese Tür. Was ist auf der anderen Seite? Wir nennen es extreme Isolation. Der einzige Weg dorthin ist durch das Transportsystem. Öffnen. Kein Problem, ich muss nur eine andere Zelle anrufen. Okay. Hier stimmt fast nicht. Der Hauptsicherheitskreislauf ist blockiert. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Joker. Hast du vielleicht Two-Face erwartet? Es gibt kein Entkommen, Joker. Dumme Fledermaus, ich will gar nicht fliehen. Ich habe viel zu viel Spaß. Sogar du bist hier und sorgst dafür, dass ich immer lächle. Lächle? Nicht lange. Wirklich? Wir werden sehen. Tada! Oh, das habe ich vergessen zu sagen. Nur für den Fall, dass ihr mir folgen wollt, habe ich mich rückversichert. Wenn wir uns unterhalten, ist Gordon auf dem Weg zu Harley. Officer Bowles. Ha 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 ha! Wenn ich sehe, dass du versuchst, mir zu folgen, stirbt er. Harley freut sich schon drauf. Vielleicht zeichne ich es auf und stelle es ins Internet. Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist, die Tür zu öffnen. Ich habe es nur gleich. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. Batman, was ist passiert? Joker ist entkommen. Er hat sich eingeschlossen. Er hat deinen Vater. Dad! Keine Angst, ich hole ihn zurück. Okay, ich weiß, aber... Oracle, ich hole ihn zurück. Joker wird nicht gewinnen. Das lasse ich nicht zu. Ich fange da an, wo er entführt wurde. Ein Wächter namens Frank Bowles hat ihn angegriffen. Wenn ich Frank finde, finde ich deinen Vater. Bruce, beeil dich, bitte! Ich hole ihn zurück! Ich hole ihn zurück. Ich hole ihn zurück. Ich hole ihn zurück. Wir schардieren, du bist in der devoung. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis über Sühn? Das mit mir und Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also wenn ich Sicherheitskurs brauche oder einen alten Mann niederschlagen will, dann weiß ich, wen ich fragen muss. Sieh ihm dir an, jetzt ist er nicht mehr der große Held. Er ist hier! Das ist Batman! Du wirst auf dem Boden nicht gut fluten! Oracle, ich bin bei den Arrestzellen. Ich kümmere mich um den Tatort. Wie lautet der Plan? Etwas in diesem Raum zu isolieren, was speziell Boats gehört? Genau. Boats hat seine Flasche fallen lassen. Schlampig. Mal sehen, was der Forensik-Scanner empfängt. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oracle, ich habe eine Spur. Das ist toll. Folge ihr. Ich sammle alle Informationen zur Arkham, die ich finden kann. Vielleicht nützen sie uns später. Okay. Ja. Hallo, was ist da los? Ich versuche es tief zu erreichen. Ist er da? Einen Moment. Ich schaue nach, ob ich ihn finden kann. Och, danke schön. Tut mir leid. Ich habe überall gesucht. Aber ich kann nur seine Frau finden. Ich melde mich, wenn ich den Riff von ihm finde. Versteck mich, wie ich denke. Blöd. Unzuverlässig. Wie ist Joker frei? Sei still. Was ist los? Oh, Batman. Mr. J will nicht, dass du uns schon verfolgst. Schau mal, was ist passiert? Gordon wurde mit dem Fahrstuhl an die Oberfläche gebracht. Wenn ich Ihnen folgen will, muss ich es auf die altmodische Weise tun. Oh, nein. needle. Oh, nein. Ich werde ihn überprüfen. Ich werde ihn überprüfen. Ich werde ihn überprüfen, was er ist. Ich werde ihn nicht davon flexibel sein. Ich werde ihn mit dem Fahrstuhl an. Ich werde ihn verbauten, dass er auch nicht mehr so fasce ist. Und dann wird er sich versammeln. Oh, oh, oh. Hey, Benz! Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab hier was, was du dir anhören solltest. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Wie wollen sie an all den Machen vorbeikommen? Hören wir meins. Hey, Frank! Wo warst du? Es kommen noch mehr von Joggers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anstaltseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Nein! Verdammt, kommt schon sicher in den Anstaltseingang. Wie viele sind es, Bowles? Warte mal, woher zum Teufel? Weißt du was? Bowles! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Frank, was zum Teufel? Quinn, es ist sicher. Bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber. Du bist mir einer, Frankie. Ein Mädchen könnte sich in einen wie dich verlieben. Oh! Flörte nicht mit der gemieteten Hilfskraft, mein Liebling. Es kommen jede Minute noch mehr Waren vorbei. Lass sie nicht entkommen! Keine Angst, Füße! Du meinst, ich hab nur Augen für dich. Dass du das gehört wärst, sieht aus, als ob das mit Frankie gut läuft. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Warnung! Multiple Sicherheitslücken auf Ebene A, 4. Würde Anstaltsleiter Sharp bitte zur Sicherheitseinheit kommen? Wir müssen Sie beruhig były und nach dem, dies Cabber zu sein. Wir müssen noch nachyden, bis danach. Wir sehr,yer, bis dahin looking.